Was? Kann man da durchlaufen? Na, nein. Ich glaube, du musst da drauf schießen. Da, wo ich da unten runter. So, ja. Ja, aber wie soll man sowas denn alleine schaffen? Das Spiel kann doch gar nicht allein möglich sein. Das werden wir erstmal da durchlaufen. Ey! Oh! Alter, die kommen auch von über, all diese Drecksfiecher. Was sind denn die zwei Rammgeplatte sind das? Vielleicht ist denn diese... Oh! Diese Nebenmissionen-Koop abhängig. Hm, das könnte das hier sein. Äh, hier muss irgendwo... Da! Okay. Da ist ein Scherz? Wo ist das? Da! Da! Weiß da sind Tanks. Oh, nachladen. Das ist 1. Das ist natürlich nie schlecht. Alles klar. Und jetzt? Hier haben wir was. Lastenaufzug. Tschüss. Ja. Und jetzt? Du bist wieder hoch. Verdammt. Wunderbar. Oh mein Gott. Ich fahr wieder hoch. Oh, noch einer. Du Wichser. Ich hab schon alle umgebracht. Pussy. Ich hab aber von oben geholfen. Weißt du ja, ne? Ja. Hab ich gesehen. Ja. Dann ist ja gut. Ja. 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 Der lebt ja doch noch. Ja. Der lebt ja doch noch. Ja. 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 was auch nur diese gravid zu den ganzen immer noch aktiv bestimmt warte das wieder nutraum und das lohnt sich wirklich diese das wolfram für die torg stangen einzusetzen vielleicht mal gucken was hier drin ist drehmann schättern und der platz hier ist noch ein upgrade ich habe einen platz war ob das 1 nach landes feuerrat ich will feuerrat und schaden haben muss das nicht mehr einsammeln ich habe das ja aber ich habe ja keinen platz was macht diese platinen die wir bekommen haben warum steht es da nicht egal hier sind auf jeden fall lauter heilpacks und einfachen dinger die braucht ja keiner ja deswegen habe ich ja auch aufgeworfen ok man muss ich wohl demnächst wieder eine torg stange machen meint das hat sich jetzt gelohnt ja wir haben eine platine bekommen und rahmen stück was wahrscheinlich mehr wolfram gekostet hätte wir müssen eigentlich wirklich deutlich häufiger als da sein sitzen so lange so häufig wie die länger weg schmeißen ich meine das ist ja auch richtig gut eigentlich aber wir machen das hat nie das ist wie in ego shootern in der story verwende ich nie granaten ja bringt nicht so viel du missgeburt ich wusste es ich wollte gerade umdrehen so kommt gegner das wieder eine bombe pick dich ich wette die hätten wir hier gut gebrauchen können irgendwie ja hier ist doch noch einer tür ich kann mich nicht einfach in die umweltsteuerung latschen lassen tut mir leid aber ich will nicht sterben computer springstoff scharf machen und siehst du das hier ja oh lol man sieht sich das soll lieber auch für gegner diesmal ah da sind sie schon eh wie sehen die denn aus oh shit nachlas was ist das wenn wir sind das für geräusche man das sind die explosionsfischer ach so die hallo aqua lassen die die anscheinend nicht schreien ne schade eigentlich nachladen hilfe niffel niffel ich bin ja fast tot ich dachte so was passiert nur mir ne du stirbst direkt sehr stimmt da noch die sachen einsammeln aber das war einfacher als wir in den nebenmissionen gewöhnt waren Wir machen. Wieder zurückgehen. Lol. Warum? Sicher, dass du es dir nehmen bist, die du anvisiert hast? Nee, runter. Ah, hier ist was. So, geil. Bist du fett? Egal. Och, komm, irgendein komisches Drehrätsel. Zahnräder, ne? Kennst du? Die Frage ist, was sollen wir machen? Ja, du siehst doch hier diese rungenschönen Dinger, die müssen miteinander verbunden sein. Also. Das ist, das ist das Zahnrad-Rätsel. Ja. Irgendwie. Die Frage ist nur, wie geht das mit dem oben rechts? Oben links. Meine ich ja. Ich glaube, ich habe so eine Idee. Warte mal, das sieht irgendwie nicht ganz scheiße aus. Warte. Achtung, Kontamination registriert. Quarantäne abregeln aktiviert. Aha. Brückung akzeptiert. Ach so, okay. Bitte melden Sie diesen Vorgang Ihrem vorgesetzten Offizier. Ja, ich habe zu viele Pointe-Click-Inventures gespielt, deswegen. Ja, ich habe noch nie welche gespielt. Ja doch, ich liebe diese Dinger eigentlich. Geheimakte. Die drei Games. Die Ponia. Sibiria. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Ey. Hör auf. Wir werden nur die Brüder rausschmeißen. Live to. Kann man da rein rein, ohne dass was passiert? Wind. Schade. Ich dachte, ich sterbe. Hier steht lauter Zeug. I want to live. Aha. Halt. I want to live steht hier überall. Ach so. Gut. Oh, was war das? Hä? Ah, mach du deine komischen Sachen da. Hä? Wer hat die Energie aus der Umweltsteuerung großgeschlossen? Können Sie da was machen? Nein. Der einzige Weg, die Falle zu deaktivieren, ist, irgendwie den Generator zu zerflippen. Es dreht sich zu schnell. Ich kann nicht sehen, was abgeht. Können Sie ihn ausgrenzen? Ja. Ich versuche. Ja, und jetzt? Das habe ich gerade auch schon mal gemacht. Ah, hier, warte. Wenn wir... Das soll erstmal wieder richtig drehen. Du siehst doch die leuchtenden Dinger da dran. Ja. Die müssen wir rausnehmen. Ach so. Na unten. Immer. Wenn der F macht, macht der das nicht bei mir. Nee, jetzt hat der ein anderes genommen. Warum kann ich das nicht nehmen? Was ist das denn für eine verdammte Kackscheiße? Hä? Oder sollen wir diese Spulen auch austauschen? Ja, nee. Durch was? Keine Ahnung. Wir haben es doch bei zwei geschafft. Wieso jetzt nicht beim dritten? Kannst du nicht rausnehmen. Oh, der Support wartet an der Bank. Was? Generator online. Ah. Warte. Hier hinten. Nee, nee. Nee, da kannst du doch nicht mal Stase drauf aktivieren, denke ich mal, oder? Nee, das geht nicht. Hä? Sehe es auch gerade nicht. Was ist bei den Dingern anders als bei den anderen? RIP. POSCH. Ich glaube, jetzt nicht. Ich glaube, jetzt nicht. Ich glaube, jetzt laufe ich geduckt rum, das will ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, dass es geht. Hä? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Warte mal, mach mal Stase. Jetzt beide da drauf. Beide, 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 beide. Was? Hä? Hä? Warum konnten wir die anderen denn rausnehmen, aber... Können wir die dir auch wieder reinmachen, vielleicht? Warte. Na, einer muss jetzt... Nö. 1. Warte. 2. 2. 1. 3. 2. 1. 1. 1. Wir könnten... Wir sollen den Strom abschalten, steht da. Ja, vermutlich, indem wir alle diese Dinger auch rausnehmen. Halle aktiv. Irgendwas übersehen wir. Irgendwas machen wir falsch. Und noch irgendwas. Hey. Wir müssen das irgendwie da rausnehmen eigentlich, würde ich sagen. Ich bin gerade echt überfragt. Machen wir gleich das? Weil irgendwie... Du siehst doch links und rechts diese Dinger hier. Warning. Aber... Es leuchtet halt auf jeden Fall immer. Es kommen Funken, wenn das eine Teil da durchgehen. Naja. Moment mal. Halt mal. Dein... Ne, hä? Jetzt leuchtet das... Da oben nur ganz wenig. Halt mal wenig. Haben wir das irgendwie... Nee. muss das da oben vielleicht eine weile länger leuchten keine ahnung mann ich versteh es nicht das ist kein leichtes rätsel ich komme mir gerade wie beim zahnrad rätsel vor es ist bestimmt das lösungs rätsel was das rätsel lösung ist bestimmt ganz nah wir konnten die ja auf jeden fall schon mal rausholen aber wofür was wir wollen ja eigentlich keinen strom mehr haben betrachten wir das ganze noch mal aus anderen winkeln winkler entdeckt das irgendwas wenn das dreht schneller mach mal starse gerade hier bei den zylindern ändert sich dann nicht ich will mal bei den anderen bei allen objekten die hier im raum so gucken ob sich da irgendwas ändert während das ding immer das straße mehr so jetzt ich gucke mir jetzt mal das andere zahnrad an da ändert sich auch gar nichts jetzt bin ich hier bei dem büro da ändert sich auch nichts die große letzte möglichkeit ist hier vielleicht diese station also ich gucke mir gleich den walkthrough an man kann doch nicht so schwer sein guck mal überleg doch mal was hier steht generator online und dann ein pfeil der nach rechts führt und dann nach oben auf diesem bild haben wir in diesem kreis eine lücke drin nicht ob das was zu bedeuten hat und das sieht ziemlich das ist eine sehr gute idee eine sehr gute beobachtung gucke mal aber das bild dreht sich ja langsamer als das aktuelle ja ja ich habe so eine überlegung sag mal kurz bevor die lücke unten rechts ist unten rechts jetzt ja jetzt weg dann sagt haben wir das nächste mal jetzt äh passiert nichts was müssen wir doch damit machen können dann müssen wir irgendwas müssen wir doch bestimmt gleichzeitig auch machen quasi was ist wenn wir vielleicht versuchen die falsch rum irgendwie rein zu stecken was ist wenn wir vielleicht versuchen die falsch rum irgendwie rein zu stecken ja dazu wüssten wir die aber irgendwie da rein kriegen sie gehen ja nicht da rein ne reden wir schon mal andersrum ich verstehe es nicht das links leuchtet gerade viel stärker als die anderen beiden was links unten links aber warum findest du ja ja ich finde der radius löschen ist viel größer als bei den anderen oh hm alles gut was könnten wir machen was wir vielleicht gleichzeitig machen müssen ich weiß es nicht ich weiß es nicht ergibt für mich alles irgendwie keinen sinn was wir machen müssen ich weiß es nicht ich sage es nicht ich bleibe die Das bringt alles gar nichts. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht weiter. Okay, zwei Stars hintereinander bringen auch nichts. Wie heißt die Mission Edwards Fallen? Es ist bestimmt eine so einfache, simple und logische Lösung, die dahinter steckt. Ich kucke jetzt. Lärft mich. Ich kucke jetzt. Ich kucke jetzt. Ich kucke jetzt. Ich kucke jetzt.